Ja, klar! Toni, ey! Drei, zwei... Hallo zusammen, hier ist Julian und Marvin. Wir spielen jetzt den Dreierpack. Machen wir das erste Mal hier, das ist ein guter Bierchen. Du fängst an. Was passiert als nächstes? Toni kämpft gegen die Laufrichtung ins Tor. Toni trifft per Freilrückzieher. Oder Toni verkackt den Freilrückzieher? Toni trifft per Freilrückzieher. Ich habe jetzt auch eine Möglichkeit. Ich sage, Toni verkackt den Freilrückzieher. Aber du warst da schon, ne? Zu der Zeit war ich noch nicht da. Ich sage, er verkackt den Freilrückzieher. Ja! Toni, ey! Den kann er eigentlich, ne? Ja, deswegen. Bis bald mal und darauf stoßen wir an. So, was passiert als nächstes? Lars setzt den Tornado an. Lars muss lachen und sprungt das Bier aus. Ich fang an? Ja, du hast gerade gewonnen. Ich sage, was war das zweite nochmal? Lars muss lachen und sprungt das Bier wieder aus. Ich sage, entweder das oder schäumt über. Ich sage, er schwimmt über. Also, er setzt ab und... Nein, nein, ich sage das zweite. Ich sage das zweite. Ich sage das zweite. Er sprungt sogar aus. Schäumt über. Bis bald mal und... Schau mal, wie er da schon ansetzt. Das sieht man schon. Jetzt. Ah, nein! Warum habe ich nochmal gewechselt, ey? Wasser? Hä? Das ist geil. Das ist kalt. Oder das ist Wasser. Das ist kalt. Ich kann nicht dasselbe nehmen wie er. Doch. Ich sage auch, das ist kalt. Das ist geil. Das ist Wasser. War auch kalt gewesen. Wer anfängt? Ähm... Ich fang an. Wer kennt denn mehr deutsche Spieler, die die höchste Ablösesumme generiert haben, kumuliert? Also, zusammen mit all ihren Transfers. Okay. Kai Havertz. Leroy Sané. Leroy Sané. Julian Draxler. Boah, das ist gar nicht einfacher. Drei, zwei... Ähm... Rüdiger? Nee. Ja. Echt? Krass. Ähm... André Schöle. Boah, stark, ey. Götze. Götze. Auch die, die nicht mehr spielen? Ja, Schöle spielt ja nicht mehr. Timo Werner. Timo Werner. Özil. Oh. Jetzt wird's schwierig. Mads Hummels... Den hätt ich halt nicht früher. Ich bin mir nicht sicher, ob der... wie viel der ihm gekostet hat, aber doch, das war schon noch ordentlich. Toni Kroos? Nein. Er hat nur einmal, oder? Für 25. Yes, Sir! Wer wäre denn noch so gewesen? Wir hätten noch Mario Bormes, Maximilian Philipp, Skoda Nustafi, Tilu Kera, Emel Cham, Uren Dosen, Lukas Podolski, Kedem Krimiabai, Karim Ali, Bertheno und den Vorgang. War nicht recht. Nächstes Mal wird es besser. Nächste Kategorie, und zwar deutsche Mannschaften, die jemals an der Champions League teilgenommen haben oder jetzt teilnehmen, seit 1993 der Champions League Champions League ist. Nur deutsche Mannschaften. Klos gewonnen, fangen an. Bayern. Union Berlin. Dortmund. Wolfsburg. Gladbach. Leverkusen. Schalke. Frankfurt. Haufenheim. Boah, stark. Leipzig. Ähm, seit 1993 er hat bestimmt auch schon mal teilgenommen. HSV. VfB Stuttgart. Ja, die sind Meister geworden. ähm. Pfff. 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 Äh. Drei. Nein, jetzt mal ganz ruhig. Ähm. Ich weiß nicht, Köln. Hat nicht er besser als es. HSV war stark. Ja. Hat mir nichts geholfen. Egal. Noch eine Runde? Noch eine Frage? Pfff. Und zwar aktuelle Zähler der ersten. Zweifel muss wieder. Hm. Okay. Das ist Johanne. Fischer. Tuchel. Streich. Ähm. Kovac. Maaßen. Xavier Alonso. Matarazzo. Lieberknecht. Schmidt. Ähm. Baumgart. Rose. Ähm. Hönes. Welcher? Sebastian. Musst du dir aber auch kurz überlegen. Svensson. Ähm. Bin ich jetzt durch, Alter, dass ich die Teams gerade gar nicht mal da hab? Äh. Ich bin gerade auf dem Schlauch, Alter, warte noch kurz, warte noch kurz, es geht mir noch ganz kurz. Ähm. Ole Werner. Latsch. 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 Setzt mich unter Druck, oder? Ja, der noch für Teams. Ähm. Streich? Dä-dämm. Hab ich schon. Hast du schon? Komm mal noch, okay? Dann gehst du in Führung, oh ja. Es gibt keinen Probedurchgang. Jetzt geht's los. Du darfst anfangen. Nein, nein. Okay. Ich weiß, ob das so gut ist. So, viel Glück. Fest, ey. Hauptsache drauf bleiben, das ist schon mal besser als dieser eine, der weg ist. Wie viele Durchgänge spielen wir? Einen. Drei. So, vorbei? Eins nur für dich. Nicht wirklich hohes Niveau hier, gell? Ah dumm. Der muss über die Mittellinie, gell? Sonst unentschieden. Ne, der war gut. Ach so, ich dachte es zählen die einzelnen Dinger. Ah ok, perfekt. Glückwunsch. 5-4, ja? Ich dachte jeder zählt einzeln, weißt du? Ich schwang an. Ja, mach. Oh, ey. Sorry, sorry. Ah fuck. Der ist gut. Der reicht. Scheiße, jetzt mache ich da auch noch zu. Das reicht. Schade, Bro. Schade. 5-5, oder? Ach so. Gibt es jetzt ein Stechen oder was? Okay. Du darfst anfangen. Alles oder nichts. Du darfst anfangen. Oh ey. Leg die mal nicht schon da an meinem Weg. Ja, klar. Warte. Was ist das? Ich brauche gar nicht mehr spielen. Ich schieße dich weg. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Okay, Bro. Hast du verdient. Hast du verdient. Muss ich sagen. Das war ein starkes Finish, ja? Ich muss schon sagen, das Finale war das, was sich Fans eigentlich wünschen. Sind leider jetzt nicht hier. Aber so, das war wie wenn du neunzete Minute den Ausgleich schießt, so ich. Und kriegst dann im Gegenzug das Tor. Aber ja, dann hat sich der Marvin das auch verdient. Leider. Ja, bis zum Schluss dran glauben wir. Das Spiel war schon verloren, aber dann die letzte Chance nochmal genutzt. Hast du nochmal deinen Eingenick? Ja, okay. Nachspital. Sehr gut. 90 bis 5.